Alle Jahre wieder kommt das Christgut hin, auf die Erde nieder, wo wir Menschen sind. Gehrt mit seinem Segen ein in jedes Haus. Geht auf allen Wegen mit uns ein Ort aus. Winterbeginn. Der Winter ist gekommen direkt über die Nacht. Der Wind hat die letzten Platteln verwahrt, hat Schnee und Költen vom Berg runtergebracht und auf einmal ist draußen ruhig und starrt. Es war Zeit, dass wir uns jetzt besinnen. Machen wir es halt gerade so wie die Mutter Natur. Lassen wir einfach ein wenig nach innen und trochten wir nach Frieden und Ruhe. Was sind euch alle miteinander? Wir sind die Lebenshilfe Liegsen und der Donwerkstatt und wir freuen uns, dass wir heute dabei sein dürfen beim Adventfenster. Und wir werden jetzt das Adventfenster veröbnen. A.N.